Jo, was geht? Willkommen zum kleinen Video. Im letzten Quick-Tipps-Video habe ich euch ja gezeigt, wie man Magic Transitions macht. Und heute habe ich mir einfach gedacht, da ich wieder einen Kameramann bei mir habe, grüß an dich, bist wieder verlinkt. Ja, warum sollte ich nicht einfach mal ein ganzes Video aus Magic Transitions machen und das seht ihr jetzt. Viel Spaß. Boah, ich habe doch Ferien. Boah, dieses T-Shirt ist doch voll mit Falten. Boah, schon besser. Boah, diese Frisur. Schon besser. Eins fehlt noch. Wunderschön. 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 Jetzt bin ich aber müde. Boah, irgendwie ist es noch kalt. Besser.